So, willkommen zurück und diesmal mit Puls wieder. Ich hoffe, dass der Lüfter im Hintergrund nicht zu laut ist, aber ein bisschen Durchzug schadet mal gar nicht im Gaming-Keller. Extra Lüfter eingebaut, damit wir die warme Luft von oben absaugen können. So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir mal 50-Kal testen? Oder die Sub-Dings? Lass mal die testen. Dazu vielleicht noch was Kleines. Oder was Dickes. Dazu brauchen wir Ammo. Wie viel 50er haben wir denn? Ja, da der anscheinend nicht viel schießt. Aber die Packung wird auch einiges an Gewicht kosten. Nehmen wir lieber mehr mit. Wenn wir stehen, wir ohne was da. Eine Quest können wir noch nicht abgeben, ne? Nope. Immer noch ein Med-Kit. Europäer killen und die Explosion-Dingsis da mitnehmen. Gut. Combat Loadout passt für mich. Noch mal in den Klaven und go. Oh. Wieso steht denn da 8 von 8? Habe ich was falsch verstanden? Jetzt haben wir da 90 Schuss dabei. Oder 120? Hm. Na ja. Wenn's schief geht, können wir sie nochmal kaufen. Wenn die Drohnen weg sind, wollte ich gerade sagen. Testen wir mal. Aha. Now I see. Würde ich aber keine Automatik machen. Oh, das ist zu viel. Das ist zu wenig. Zu wenig Schaden. Zu wenig Coolness. Das ist zu wenig Schaden. Wie denn nix hier? Scheiße. Scheiße. Ich bin hier schon mit draufgegangen, wie es scheint. Ein Alkohol, Freund. Wasser. Sehr schön. Noch eins. Scheiße. Kein Zimmer. Kein Zimmer. Irgendein Hammer habe ich in der Nase. Nervt das. Die müsste ich mitnehmen vielleicht. Oh, das ist... Oh, das ist... Ach, komm schon. Oh. Stop it. So kann ich hier nicht drüber. Ich muss hier nicht drüber. Oh. Oh. Das ist nur. Oh. This ist ein Loch. Ja. Ich kann hier nicht drüber. Oh. So. Ich kann hier nicht drüber. Ich kann hier nicht drüber. Was ist denn das? Ah. Ist der Pult schon wieder weg? Gibt es ja nicht. Ich muss der OBS neu starten, damit das funktioniert. Naja, dann halt ohne. Okay. Die Map wirkt zu klein irgendwie. Damit muss ich mich auch mal auseinandersetzen, ne? Oh nicht, das. Ich habe mich einmal vertippt, super, es lockt, aha, wir probieren es trotzdem. Ungeschlossen. Hey, wer schießt denn da auf mich? Schade. Waren wenigstens Europäer? Der Puls zieht jetzt erst nach, glaube ich, wenn überhaupt. Jo, immerhin. Gut, für Menschen ist die 50k anscheinend gut. Für Cyborgs nicht so. Okay, haben wir denn Prestige, glaube ich, sollte gehen. Wo bekomme ich andere Ricks? Ja, das ist so unangenehm. Oder ich muss die Dinger mitnehmen, die Drohnen. Dann kann ich aber auch gleich den anderen nehmen. Wo ist der Unterschied dann? Sie ist nur schneller, dafür kann sie keine Waffe verwenden. Und dann wieder hin. Gute europäische Streitkräfte. Ich nehme unser Standardzeug einfach mit. Die M16 war ganz cool. Die ist einfach zu teuer. Naja, die hier wollten wir noch ausprobieren. Wollte ich noch ausprobieren. Zack. Vielleicht noch eine normale AK. So ein bisschen. Das abchecken hier in der Nase. Oh. Gut für die AK, die wir... Was soll das jetzt? Gamecrash? Ne, nicht mal ein Gamecrash. Mal kurz mal so ein Pickup. Nimm ruhig mal ein bisschen mit. Sollten wir vielleicht auch noch hier ein bisschen mehr mitnehmen. und äh... Mats. Gefühlt hat er mehr Kapazität. Ups. Gönn dir ruhig. Lass mal woanders hingehen. Starten wir mal beim Cliff. So, und die Cam kommt auch wieder. Irgendwas stimmt gerade nicht. Mit dem Spiegelchen. Ha, schön wieder. Der gelbe Monsterhelm. Und jetzt ist der Mai. Oh, we should have chosen another exit. Und nächstes Mai. Okay. Okay. Einmal quer durchs Gemüse. Achso, ja jetzt macht's Sinn. Hier starte ich. Vielleicht kann ich da mitmischen und mal testen, wie meine Waffen gehen. Ist das ein Kämpfer, Kämpfer und Exo? Die haben die zu schnell ausgelöscht da. Was machst du? Ich dachte kurz, das ist ein Helikopter. Was machst du? Ich dachte kurz, das ist ein Helikopter. Der sieht mir nach einem T90 aus. Wenn das so eine Art Abrams ist, dann... Oh, fuck, wo bin ich denn hier schon wieder reingekommen? Gut, ich komm mich nicht durch. Habe ich nicht irgendwo gehört, dass die ihren... So ihre Lootpakete rauswerfen beim Explodieren? Alles was. Alles was. Alles was. Ich hab' ein paar gestorben. Ich hab' einen Heim. Da sind ein paar gestorben. So ein Mad Kid wär mir recht. Was war das? Hey! Einmal weg hier. Hier kann ich die Dings nicht ändern. Das stimmt doch was nicht. Okay, jetzt haben wir einen Timer. Wo bin ich denn gestorben? In dem Bunker, ne? Ich bin eh schon voll. Lass gut sein. Let it be. Ist der Puls wieder weg? Ich glaub's nicht. Oh ja, lass mal den Timer starten, dann treffen die sich vielleicht. Was? Was? Das ist der Puls. Das ist der Puls. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben es geschafft, die beiden Sprengsätze in die Hände zu bekommen, ohne eine Kettenreaktion auszulösen oder unsere Feinde zu animieren. Ich werde dafür sorgen, dass es sich für sie lohnt, denn das könnte uns in künftigen Kämpfen einen erheblichen Vorteil verschaffen. Jawohl. Jetzt was Neues. Jetzt habe ich die Waffe halt nicht mal abgeschossen. Oh, there's a guy. Verkaufung. Quests. Hier haben wir die Scabs. 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 Hier haben wir die Scabs.